ich glaube ein ding was man finden kann pro raum ist sie nach oder können jetzt mal ein paar kürzen und zünden alles ist auch nicht so viel bringen da achst du das hängt nur so das hängt an beiden seiten ich dachte man kann da irgendwie dran ziehen hallo kleiner mann hallo zweimal ich sehe halt jetzt erst die ritte alles ist übelstunkel wir ein bisschen machen es heller ich schiebe jetzt ein bisschen ich mache es heller 1 2 ja sogar 0,95 xx normale sie recht das recht recht ergeben muss darf nicht erkennbar sein aber es ist jetzt einfach erkennbar weil ich einfach nichts anderes sonst erkennen wow 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 ist hell ich sehe alles plötzlich war ein licht geben auf ich weiß was ich tun soll nicht jetzt seid mit dem sei mit meißel sei mit brechstange brechstange für die tür und köpfen wir beide ritter vielleicht müssen wir die kerzen in den ecken anzünden weil es gab einige zunderbüchsen hier es gab einige zunderbüchsen hier im raum und in jeder ecke ist so eine kerze zünden mal alle kerzen an oder kennen die sonne du musst nicht angucken ich habe selber angezündet das weiß ich selber was jetzt ja und jetzt sind die kerze ich habe vorhin die tür einfach nicht aufmachen können ich idiot ein bisschen zu dumm holy shit so open only mechanical the store open only mechanical way never mind never mind we got this what is wow ich erkenne plötzlich so viel richtig nice komm hier drüber jawoll es ist halt riesig es ist auch noch ein krematorium es ist riesig unten krematorium es ist einfach riesig hier grünes wasser hey spiel beendet ich habe das teil hey pflanzen nice ich habe das spiel durchgespielt oder durchgespielt enough ich brauche die anderen sachen nicht noch ein stück von der kugel hey ich habe zwei stücke kombinieren wir sie zur kugel das hatten wir doch schon mal diese kugel zusammenbauen das war doch schon im haupt game kann das game nice sein wenn das hatten wir schon mal haupt spiel wenn mir fehlt noch ein stück kugel das game kann so nice sein wenn es bisschen hell ist schon wie geil es aussieht man sollte das sieht aus wie dark souls ein bisschen und zwar einfach voll nice ich habe auch immer noch einen hammer und irgendwas muss ich mit dem seil anfangen und es gibt holy shit was war das öl es gibt tatsächlich öl in diesem game warum ist es wieder so ruhig spiel das vergessen du hast vergessen musik musik nicht vergessen bitte was willst du eigentlich einerseits ich rennen muss muss mich jetzt beeilen hier läuft jemand es halt einfach nur da bin ich das warum ist es so ruhig ich will mich nicht erschrecken door is jammed can't open it at all ok 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 ich will mich erschrecken ich will mich ich hab so gänsehaut ich bin wieder igel igel mode igel mode ist aktiv was ist das was bist du du bist untot du kannst was mementos okay okay i need some tool that can that i can break this lock alright this is probably some sort of altar and you probably all the pieces to start this thing ja ich weiß ok hier haben wir wieder mal so ein so ein lockteil was ich schmelzen muss da drin ist party hard ok ok wir chillen erstmal eine runde am feuer bis wir wieder ok sind oder habe ich jetzt habe ich zu sehr angst, leichter Kopfschmerzen ok nice da habe ich was es ist so riesig hier wenn ich mich hier irgendwie wenn ich irgendwas über sie und ich noch mal irgendwo hin muss dann werde ich es nie wieder finden komme ich jetzt endlich mal an den ort wo ich schon mal war vielleicht das port will be able to open only through the lever ja ein schalter ok was für ein was für ein schalter denn der schreibt ist aber wüsste welchen was für ein schalter es vielleicht gibt es nur mit dem schalter ja was für ein schalter ja der schalte ja was für ein schalte kannst du mir das bisschen genauer sagen vielleicht ja der schalte aber nicht der schalter der der wo man dann hebel macht verstehe ich hebeln ja jetzt jetzt immer soweit jetzt habe ich verkackt weil jetzt muss ich nochmal wo ist jammed dahinter ist auch steine ach so deswegen bringt es nicht ok 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 jetzt ist einfach nur jetzt in dem ort einen moment ein kommen alles so wo es jetzt einfach unfassbar riesiges alles wobei ich hier jetzt schon vorbei jetzt bin ich hier fertig ok ich habe hier alles gesehen dann gehe ich wieder zurück ok können wir mal hier hoch gehen hallo da sind natürlich nur leichen überall weil was ich komme nicht hin ein seil nice ok ich habe einen hammer hammer mit meißel verbinden warm hammer mit meißel wow wow nice bester man napkin is bester man ok jetzt dass wir zurückstellen wobei ich nicht mal hier alles gesehen habe richtig glaube ich mal hier ist hier sind noch türen zu wir sind wieder hier aber ich komme gar nicht klar ok also hier ist noch eine tür zu ich glaube das war die tür mit dem ding da ja da war ich drin war ich ok 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 so groß ist es gar nicht ich habe glaube ich habe es bis jetzt kapiert wo man hier sein muss wo man hier her kannst du bitte wieder irgendwas spielen musikmäßig wie wäre es mit boogie woogie man besser song übrigens ich kann den text nicht mehr aber der song ist ziemlich nice ich wege meine schwester auf hallo wand so hammer meißel auf die wand wow nice nice animation wow schwebende hammer schön dass du schön dass du es so sagt dass ich jetzt noch eine kiste entstellen muss ok ok was macht ihr hier kann ich drauf treten ok ähm ich glaube es ich glaube es wir haben hier eine werkbank da ist nichts drauf ach das sind so voll ja ich kann das rad drehen schön was bringt es mir ich weiß mal gedreht schön die viecher da die sollten mal bisserl die klappe halten hey die viecher am boden Öl nice sehr schön Öl warm sehr gut äh hier da unten hab dich entdeckt weg damit so Vernunftrank sehr schön wir haben wieder so eine berühmt-berüchtigte geh rein und sterb kiste da drin ah nice hi das war's oder? großer spaß großer spaß äh ich glaube ich habe alles hier hier gibt es nichts mehr das alles ist hier so groß, dass ich nichts übersehen will, dass ich nicht wieder herlaufen muss alles rumhauen Randale, Randale dass ich genau weiß dass jeder weiß der Näppchen war hier das komische Rad war das ist nur so ein Folterrad das bringt gar nichts schön nice gut 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 ähm ich habe ein Stück der Kugel, wir gehen jetzt zurück zum Altar-Ding vielleicht sind drei Stücke ja genug das ist genug das ist genug das ist halt erstaunlich human hier dafür dass es so lange Gänge sind, könnten übelst viele Monster erscheinen aber eigentlich aber das passiert einfach nichts das freut mich sehr vielen Dank Spiel was sag ich hier ah hier ist nichts ah jo hier ist noch auf der anderen Seite von der Wand ah ok ok gut ja so hallo heller Raum ich habe eine Kugel für dich dabei ich habe eine Kugel für dich dabei und dann hätte ich gesagt durchgespielt nein 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 ok was habe ich noch nicht oh oh gibt ihr was nicht alles machen muss The Wall is sturdy ja das habe ich schon abgebrochen das habe ich schon abgebrochen Ah da ist noch eine Tür perhaps das Port will be able to open only through the lever ich habe noch zwei Türen die ich nicht öffnen kann ich habe doch noch einiges vor mir ja aber was muss ich machen cool cool also hier muss was liegen Entwickler wenn du schon so eine coole versteckte Gang machst dann muss hier was liegen man muss den Spieler belohnen für sowas hier oh die Fackel ist ein bisschen durchsichtig geworden Entwickler du sucks ganz klar gar nichts ähm ihr merkt schon ich bin langsam im Arsch ich glaube ich lasse es mit der Video Session ich bedanke mich fürs Zusehen ich bedanke mich fürs Zusehen ich bedanke mich fürs Feedback bei den Kommentaren vielen vielen Dank ich hoffe ich schaue dass ich die meisten wo es sich lohnt ah mein Fuß angeschlafen mein Fuß angeschlafen dass es sich lohnt zu antworten ich hoffe dass ich antworten kann ähm ich bedanke mich ich bedanke mich ich bedanke mich und bitte dann jetzt bei diesem Kommentar in den Kommentaren schreiben was ich jetzt nichts tun soll ich habe eigentlich überall geguckt ich wüsste jetzt selber nicht mehr was ich machen soll ich würde einfach nur noch dumm rumlaufen und gucken ob ich irgendwas übersehen habe ähm sprich ihr seid gefragt habe ich was übersehen bitte Kommentar schreiben bis dann tschüss aufs gut machs wiedersehen tschüss wachs gut machs wiedersehen nein nein niedersehen hobby oh es ist um 4 Uhr morgens such dir mal Hobbys sie sahen napkins let's play sehen sie nun oberschenkelmuskeln m m m m m Untertitelung des ZDF, 2020